Wie geht es um einen jungen Mann, Marc, der bei der Bereitschaftspolizei eine Karriere am Laufen hat und dem es eigentlich sehr gut geht in seinem Leben, der in einer festen Beziehung lebt, mit seiner Freundin ein Kind erwartet, in ein neues Häuschen zieht und dann bei der Fortbildung einen anderen Kollegen kennenlernt und sich in den verliebt. Und das sein komplettes bisheriges Leben und auch seine Weltanschauung und das Bild von sich selbst natürlich auf den Kopf stellt. Das ist ein Kerl, der ist Polizist, der ist stolz darauf, Polizist zu sein, der macht seinen Beruf wahnsinnig gern. Das ist ein Kerl, das ist gleichzeitig aber auch jemand, der aus so einer Polizeifamilie kommt und zu Beginn des Films schon eine relativ festgefahrene Vorstellung von so einem normalen Leben hat. Also dazu gehört eine klare Karriere, es gibt dann verschiedene Punkte, die man abläuft. Dazu gehört Familie, Kind, der Versorger sein, so ein Männlichkeitsbild und jemand, der dann auch demzufolge vielleicht nicht gelernt hat oder nicht die Fähigkeit entwickelt hat, auch über so die eigenen Gefühle zu reden. Zuerst hast du so ein Gefühl und dann merkst du so, wow, das spricht dich total an, das musst du machen. Und so war es bei dem natürlich auch. Und dann, wenn man es jetzt auseinander nimmt, ist es einfach ein super gut geschriebenes Buch gewesen. Ein tolles Thema, wo du das Gefühl hast, okay, da geht es um was, da würdest du gerne irgendwie tatsächlich auch gesellschaftlich eine Geschichte erzählen und in der Hoffnung, dass du Leute berührst, zum Nachdenken anregst, was Sinnvolles da erzählst. Dann war es letztendlich auch der Charakter von dem Marc, der mich irgendwie in seiner Art und Weise, wie er mit so einer existenziellen Krise umgeht, auch persönlich total berührt hat. Und ich konnte das nachvollziehen und hatte das Gefühl, okay, das passt. Manchmal ist es so, du liest so einen Charakter und denkst, okay, das muss ich spielen. Und so war es da auch. Und dann geht es weiter. Dann lässt du den Regisseur kennen, bist im Castingprozess und du bekommst ein Vertrauen und du merkst, okay, du kannst arbeiten zusammen. Und dann wächst das und dann bleibt letztendlich die Hoffnung, dass die eigene Vision aufgeht, dass es ein guter Film wird. Das weiß man ja vorher nie. Ich suche dann schon auch nach einem grundsätzlichen Gefühl, also dieses Gefühl, verstehe ich diesen Charakter, verstehe ich den? Das kann man gar nicht intellektualisieren, sondern verstehe ich den, kapiere ich, wie der funktioniert? Und das ist dann so der persönliche Zugang. Gibt es da Verhaltensweisen, gibt es da Dinge, die man selber in sich hat, wo man das Persönliche mit einbringen kann? Und das andere ist dann die Geschichte und auch wirklich die Fakten, die dann so ein Drehbuch und eine Geschichte mitbringen. Und die versucht man sich anzueignen, rauszubekommen. Was gibt es für Punkte, die den Charakter triggern? Was gibt es für Einwirkungen? Wonach sucht er wirklich? Was sind seine existenziellen Bedürfnisse? Also das ist schon dann so ein recht klares, handwerkliches Vorgehen, finde ich. Also was sind seine Ängste? Und das versucht man irgendwie, ich versuche das dann auch immer zu bebildern. Ich habe dann so wirklich viele Collagen, Musik und so und versuche mir seine inneren Vorgänge irgendwie zu eigen zu machen. Insofern fand ich genau das auch ganz toll in dem Buch. Und ich fand es noch toller, dass es da nicht nur ums Weglassen ging, sondern dass es aus der Sprachlosigkeit, der Wortlosigkeit, der Überforderung auch der Figur von Marc kommt. Und dass der sowohl im Glücksgefühl der Liebe, was soll man denn da jetzt noch groß sagen, als auch in der großen, tiefen Krise, in dem, dass man eigentlich nicht mehr weiß, wo man selber ist. Also und dann fehlen einem halt die Worte, das war halt sehr schlüssig. Das Allerwichtigste, empfinde ich oft, ist, mit wem man das tut, was da steht. Sei es der Regisseur, sei es die Spielpartner. Und das ist das Entscheidende. Und so war es auch bei uns. Also ich war ja gesetzt als Marc und dann gab es einen Castingprozess. Und Max und ich kennen uns eben auch schon seit elf Jahren. Und als Max dann für die Rolle des Kai ins Gespräch kam, hatten wir eigentlich, wir haben vorher schon telefoniert. Und wir ähneln uns da auch von der Kompromisslosigkeit, wie wir die Sachen angehen. Und eigentlich war es mehr oder weniger eine Bestätigung, als Max dann zum Casting kam. Und ähm, unsere Freundschaft und unsere, äh, unser Vertrauen, was wir grundsätzlich haben und auch der Respekt, den wir haben voreinander als Schauspieler, das hat sehr geholfen einfach. Ähm, plus das Vertrauen, was wir zum Regisseur haben, äh, dass wir uns da nichts vormachen wollten. Und, 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 äh, ja, wir hatten beide einfach den Anspruch, dass wir, wir wollten, dass das geglaubt wird. Und konnten uns echt auch fallen lassen. Liebe Szenen sind immer speziell, ist immer, immer auch, auch heikel. Aber, äh, letztendlich hab, hab ich da nicht ein großes Problem damit, wenn's, wenn's stimmig ist von dem, wie's geschrieben ist. Und wenn's stimmig ist in dem Sinne, dass, dass, ähm, man da jetzt nicht nur, äh, ja, äußerlich sagt, okay, hier müsste man mal Haut sehen oder hier müsste man mal eine Nacktheit bringen, das ist ein guter Effekt. Sondern, dass das einfach Teil der Geschichte ist. Und das war's hier unbedingt natürlich. Weil wir wollten, äh, eine, eine leidenschaftliche Begegnung erzählen, die so eine Kraft hat, dass sie ein bestehendes Leben auf den Kopf stellt. Dass sie so, die so eine Kraft hat, dass jemand aus, aus, sich von einer Person trennt, von seiner Frau trennt, die er ja eigentlich doch auch liebt, mit Kind. Und dazu gehörte die Körperlichkeit dazu, weil, weil in dem Sinne Sexualität und Liebe, äh, äh, zusammenkommen musste. Das heißt, es war ganz klar, dass wir die, die, die Körperlichkeit brauchen und die auch so erzählen müssen, dass man als Zuschauer nicht sagt, oh, da sind sie jetzt, haben sie jetzt Schiss gehabt, was zu zeigen. Also da mussten wir auch reingehen einfach, das war klar. Kino ist für mich, ähm, eben natürlich was Wundervolles. Also ich liebe Kino. Ich kann mir ein Leben ohne Kino gar nicht vorstellen. Und ein Kino ist für mich, ähm, jetzt fällt mir Eiskonfekt ein. Also es liegt daran, dass ich wirklich, also ich gehe sehr gerne alleine ins Kino und ich kaufe mir immer Eiskonfekt. Ich gehöre aber zu denen, die sehr leise essen. Und, äh, ich liebe das, ins Kino zu gehen, mich in den Sessel zu setzen, auch die Werbung mir anzuschauen. Und dann geht der Film los und, und ich liebe das einfach. Ach, das ist Kino für mich. Auch wirklich die, ähm, was ich auch nun mal am Theater auch liebe, die Heiligkeit des Moments. Du kannst nicht einfach mal rausgehen und nochmal aufs Klo und dann nochmal Chips und dann klingelt das Telefon. Und ich finde, das Kino ist noch ein Ort, wo die Arbeit des Schauspielers, des Films, der Filmschaffenden, ähm, die, die kriegt dann auch eine Würdigung. Und, 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 und deshalb liebe ich das auch so.